Melden Schaden in der Stadt Thun ganz einfach mit der MyLocalServices App. Öffnet dazu die App und tippt auf Meldungen. Zum Melden eines Schaden tippt ihr auf Meldung erfassen. Jetzt noch die passende Kategorie anwählen und zum besseren Beschreiben des Schadens optional ein Foto beilegen. Anschliessend müsst ihr den Standort des Schadens definieren. Zum Schluss nur noch kurz das Problem beschreiben und für Rückfragen eure E-Mail-Adresse angeben. Der gemeldete Schaden wird zeitnah in der App aufgeschalten und von der zuständigen Stelle behoben. MyLocalServices – die Smartie City App von Stadt Thun – jetzt gratis herunterladen. Die Smartie City App von Stadt Thun – jetzt gratis herunterladen. Die Smartie City App von Stadt Thun – jetzt gratis herunterladen. Die Smartie City App von Stadt Thun – jetzt gratis herunterladen.